Der Lemur stammt aus Madagaskar und ist eine Lemurenart, die für ihre einzigartige Bewegungsweise bekannt ist, nämlich das vertikale Klettern und Springen im Wald. Sie sind bekannt für ihre unglaubliche Agilität und eleganten Sprünge, die 30 Fuß in einem Sprung überspannen können. Diese Primaten sind hauptsächlich Pflanzenfresser, die sich von Blättern, Blüten, Früchten und Samen ernähren. Lemuren haben einen speziellen Magen, der es ihnen ermöglicht, zähe Zellulose in einer pflanzlichen Ernährung effektiv zu verdauen. Lemuren sind stark sozialisierte Tiere, die in Gruppen leben und in der Regel aus einem dominanten Weibchen, ihren Nachkommen und mehreren erwachsenen Männchen bestehen. Sie kommunizieren über verschiedene Vokalisierungsmethoden, einschließlich lauter Anrufe und Alarme, um andere auf potenzielle Gefahren aufmerksam zu machen.